So heute gibt es einen Frühstücksdrink hier bei Raw Future TV, dieser gibt uns extrem viel Energie, hilft uns also wach zu werden, versorgt uns mit den wichtigsten Nährstoffen, sättigt uns bis zum Mittag und schmeckt einfach nur bombastisch. Dafür nehmen wir hier fünf bis sieben Bananen, ich habe hier relativ große Bananen, deswegen leichen fünf, ungefähr 50 Gramm Datteln, einen halben Liter Wasser, Teelöffel Macca Pulver, Teelöffel Moringa Pulver, Zimt und Vanille und optional kann man auch noch was handeln, Anfmehl dazu nehmen, wer aus diesem Frühstücksdrink auch so eine Art Fitnessdrink machen möchte und den Eiweißgehalt erhöhen möchte. So, das wird dann einfach alles in den Mixer getan. So, das wird dann alles in den Mixer dran. so halbe minute mixen reicht eigentlich aus und dann haben wir hier folgendes cremiges shake artiges ergebnis das ist echt der absolute hammer probiert aus sättigt absolut super gesund super lecker und absolut ausreichend für ein frühstück wenn euch das gefallen habt abonniert den kanal schau doch in zukunft noch mal rein hier gibt es immer viele interessante sachen rund um die gesunde ernährung die vegane ernährung viele wichtige nützliche tipps für die vegane küche und für die gesundheit für die fitness lasst es euch schmecken und ich sage bis bald